Ja, grüß Gott, hallo, das ist Arnie. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast Arnie's Geheimschrank. In diesem Podcast mache ich in jeder Episode einen neuen Schrank in meinem Haus auf und wir sprechen darüber. Heute gehe ich hier rüber zu diesem Schrank, es ist ein Spind und wir schauen da rein. Und nachdem ihr nicht bei mir zu Hause gewesen seid bisher, ist das ein Geheimschrank. In diesem Schrank, Moment, ah, in diesem Schrank sind drei Kurzhanteln und ein Proteinshake. Servus. Hallo, hier ist nochmal der Arnie. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Arnie's Geheimschrank. Ich stehe heute in der Küche und wir machen einen neuen Schrank auf. Heute ist es der Kühlschrank. Im Kühlschrank steht zwei Kurzhanteln und ein Proteinshake. Servus. Das ist der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank. Bis dahin, ich bin im Kühlschrank. Bei dieser hat der Kühlschrank im Kühlschrank steht. Vielen Dank.